Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary in der Alpha zu Legion. Was haben wir hier? Tempel von Katmogo, ich sage ja mal Kotzmogo, ich mag es einfach nicht. Aber gut, okay, so ist es halt. Das lustige wird jetzt sein, die wenigsten werden hier auf die Kugeln gehen, das heißt, die werden uns hergen wollen. Ich werde natürlich dann auf die Kugeln gehen, weil ich will ja gewinnen, damit wir schneller an Ehre kommen. Ein Sieg sind 300 Ehre, ich brauche jetzt 1000 dahinter, also ich brauche jetzt hier 586 Ehre, damit ich Level 22 habe. Dann gibt es das hier. Gucken, ob ich das nehmen werde. Eigentlich ist das auf Dauer dann noch besser. Kommt drauf an. Der Arena natürlich ist gegen die Ks und Schurken ist das hier natürlich eigentlich dann eher so Richtung Nonplusultra, wenn ihr ganz Zertile bekommt. Dann, ja, hat man eigentlich so ziemlich alles vor dem Entgehen. So, da bin ich wieder. War ja gar nicht so oft in der letzten Zeit. Ja. Das war irgendwie nicht so, ne? Keine Ahnung. War irgendwie nicht so. Ich musste nicht. Wahrscheinlich jetzt gleich doppelt. Er ist gegen Schurken und die Ks ist das in Arena. Ganz praktisch. Vielleicht auch im RBG, weiß man nicht. Ne, im RBG ist wahrscheinlich das hier besser. Dauerhaft Heal irgendwie, wenn man geheilt wird. Also, ja. Heal. Und wenn ich von irgendeiner Quelle geheilt werde, werden alle Mitspieler im Umkreis von 10 Meter um 30 Prozent des Betrages geheilt. Das heißt, wenn ich einen Hot drauf habe, oder wenn ich einen Hot drauf habe, dann werden die ganze Zeit die Leute um mich herum geheilt. Zwar nur mit 30 Prozent des Betrages. So spielt hier keine Rolle. Heal ist Heal. Auf die Gesamte, aufs Gesamte hin rechnet sich das ordentlich hoch. Talente hat sich auch nichts gerne. Ich habe das weiterhin drin, wegen zweifach Speed eigentlich. Einmal durch Siegel und dem anderen. Stackt allerdings nicht. Müssen wir mal fragen, ob es uns vielleicht stacken kann. Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall ganz praktisch. Wenn man Hunter-freiheit sowieso benutzt, weil man zum Beispiel dem Hunter hinterher muss, damit er nicht slowt, dann hat man auch gleich den Sprint dabei. Soll ich, soll ich nicht. Ich kriege auf die Fresse. Ich glaube, ich habe ihn nicht gewischt. Da hat er das Eisgut noch klauen können. Ey. Ich hau hier ab. Soll ich nicht. Bäm, voll rein. Shit of Engines an. Gewege. Und die. Wahrscheinlich der Krieger. Oh, nee. Oh, Arcan-Schlag. Mage, Red. Oh, den haben wir eh getan. Mage hat jetzt schon... Ja. Also Arcan-Magier sind eigentlich die stärksten Magier jetzt. Finde ich mit Abstand. Die drücken ordentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie hat er Gehalt großartig? Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Heal ist, aber die drücken unglaublich viel Schaden rein. Also in den W.O.D. sind ja Arcan-Magier im PvP gar nicht so stark. Klar, wenn sie gut gespielt sind, sind sie stark, aber ansonsten, man... Die haben halt kaum Defense unserer Geschichten. Wenig Mobility, ETC, bla bla, aber hier sind die halt sehr ordentlich. So, la. Na. Bäm. Okay, nimmt sie einer von euch. Na. Okay, hast du gut. Na, komm her, kriegst du mal die Nieder. Alles grün. Yeah. So. Da ist... Ah, da hinten ist eine Kugel. Wir brauchen die Kugeln. Wir brauchen... Na. Wir brauchen die Kugeln. Ohne die Kugeln. Okay, gut. Eine Bluse. Mal langsam. Ich hab dich zwar gekickt, aber in Ordnung. Äh, hab ich jetzt schon wieder's kotzen. Kann man jetzt... Wort der Helligkeit, ja. Komm her. Dinglein. Das ist... Ich weise jetzt die Gegend ins Gesicht. Du darfst nicht weglaufen. Mach dahinter und drauf. Boah, jetzt hat er vorbeleid. Scheiße. Ok, schnell Oh, der stück ist jetzt gleich Oh, Oh, Oh Na gut Ach, da sind die Oh Gott Nein, ich will nicht stannen Nö 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 Okay, Rang, Schnell bis so Shit of Vengeance Und Bubble Ficker hier tatsächlich Mit der Helligkeit Ich bin schon paul In der Hinterhand Nei, machen wir das mal Das ist eine Kugel Zwei Leute Ops Ist doch scheißegal Und wenn wir nur draußen mit den Dingern rumlaufen Solange die alles die nicht haben Obwohl Ops haben wir jetzt Zwei Stück Boah komm, sterb, sterb, sterb Nein, sterb nicht Hey Alles klar Sterb, schnell Kommen wir den mal Guck das doch mal an Guck das doch mal an Guck das doch mal an Was ein Scheiß Ach, da ist ja noch einer Okay, ich nehme alles zurück Guck das mal an Guck das ja noch ein Scheiß Woah Kuck das Fedировungen Guck das und so weiter. Ich weiß nicht, was die heilen können. Ich weiß, dass beim Feuermagier, wenn der sich geblinzelt hat, dass der ständig Eel bekam. Der war eigentlich immer voll. Ich bleib hier. Der Beträngsviecher. Das ist ja lächerlich. Der war natürlich. Schaut mich das im Gegenteil? Wie hat der mich gesehen? Wie hat der das gemacht? Der hat ja drüber geschossen. Ey, Blizzard ist schon geil. Man könnte durch Berge schießen, aber um sowas kann man auf einmal drüber schießen. Das ist natürlich total logisch. Sie haben es überhaupt gründet irgendwo, kann ich verstehen. Und da kann man dann drüber springen. Geil. Ich heile mal. Ich brauche mal ja mal. Irgendwann. Was ist denn das? Ich war vorhin schon mal hart für einen Mann. Nein! Das ist... Oh, 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 oh. Ich geholt. Schaden, hab gedammt. Fick-er. Fick-er. Hier gerief, mein Freund. Akan mag ja mag keiner. Oh, natürlich. Ja, es war ja klar. Beides auch noch. Natürlich. Und beides ins Gesicht. Wahrscheinlich gelackt. Ja, natürlich. Wahrscheinlich gelackt. Die haben drei Heiler. Ne, zwei Heiler haben die. Und die haben keinen einzigen. Ne, doch einen. Aber der ist irgendwo. Ist der erst reingekommen? Oder sehe ich den nicht? Ach du Scheiße. Ich hätte wussten, wie lange der drin ist. Wahrscheinlich ist der noch nicht lang drin. Scheinbar. Ich glaube, wir hatten zu Beginn keinen gehabt. Keiner hat Orbs. Cool. Ich will die drei Punkte, äh, zwei Punkte vorhanden. Ne, drei. Ne, ma, zwei, drei. Oh, hier. Kommt nix. Oh, fuck. Zwei. Gigacoron. Komm, 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 komm. Das ist jetzt lustig. Ich hab nur ein CD vermeint. Also ich nix. Ich hab dich vorher gestunnt, du Affe. Und jetzt haltet er sich wieder an mir hoch. Shield of Vengeance. Weg, komm. Oder wenn ich euch die Kugel hatte. Süddeutschtaus. Naja gut, okay. Wenn man hier drei, vier, fünf Prozent mehr macht, dann sind das schon ordentliche Zahlen. Wenn man so oder so schon 300k macht. Nee, Arkan. Ist irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich mag ich persönliche Arkan. Ist ja nicht so, dass die OP sind oder so. Du bleibst hier. Ah, ist schon irgendwie heftig manchmal. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, natürlich. Fickt euch doch. Ey, Krieger sind so lächerlich. Als Furore. Mehr. Scheiße. Es ist einfach dumm. Der heilt sich wirklich unglaublich da hoch. Ich muss den Stun... Ich muss ihn im Stun töten können. Stab. Jetzt ist den Stun ab. Scheiß Mage wieder. Müssen wir eigentlich an den Mage. Hallo, ich bin doch nicht mehr im Kampf. Ah, da ist eine Kugelscheiße. Ich möchte den... noch führen. Noch führen wäre. Oh, fuck you. Ich hab' ich auf die Eier. Natürlich. Ich hab' ich... Ey, Gott. Wie behindert. Was ist denn das für eine Scheiße wieder? Ich hab' die Punkte so gesammelt. Boah, der Hunter. Da hat er die ganzen Punkte gesammelt. Wird okay, wenn der ganze Zeit die Kugel... Ich seh' ja leider nicht, wie die was haben. Das Battleground-Target, das hab' ich ja nicht. Geht... Geht... Offiziell gehen die, äh... Add-ons ja nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Meines Wissens muss man irgendwas bei denen... Irgendwas an den Dateien ändern, oder so, im Spiel. Und dann wird man die kriegen. Dann wird das gehen. Du bleibst hier. Wie ist der jetzt dann hinterher? Oh, natürlich. Stun. Nicht total. Ey, natürlich. Schon wieder so. Tch. Das ist doch Quatsch. Ich hab' CD so weit... Halles. Dann... Alles raus, was geht. Mal Drehwings an. Ist ne Stun? Hallo! Stun! Habe ich gedrückt. Das ist die selben zwei Heiler. Guck mal. Da ist die Bob. Du bleibst hier, Freund. Oh cool, gleich cool. So gehört sich das. Keine Kugel, aber da hinten. Yes, da hat sich gereicht. Oh, aber knapp. Hätte ich ein paar mehr gebraucht. Ich hasse dieses WG, aber es war trotzdem eine ganz ordentliche Runde, also kann man nicht meckern. Naja, gut. Ich sage mir immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn man was sonst sagt, ab damit in die Kommentare und auf Twitter. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.